Norddeutscher Rundfunk 2021 Pascal! Pascal! Wenn ich sage, abstaube, dann meine ich alles. Kommt weg! Lass es gehen! Pascal! Einzelzimmer mit Bergsicht. Ich kenne Sie doch von irgendwoher. Sind Sie Schauspieler? Genau. Pascal! Hast du noch etwas? Äh... Haben Sie noch einen Wunsch? Ich möchte bis morgen Morgen in Ruhe gelassen werden. Ich will aber noch mal einmal im Rundfunk 2021 Ich bin noch nicht in Ruhe gelassen. Was? Der Guckel. Was für ein Guckel? Was ist mit dem? Ich habe ihn kaputt gemacht. Mein Vater bringt mich um. Ein Sche, wegen einem ausgestopften Guckel wird sicher niemand umgebracht. Und wo willst du mit der Pistole? Sind sie wirklich Schauspieler? Fürstlich Box aus, sonst fressest du deine 10. Mittag. So kannst du jeden sein, den du willst. Ich würde gerne sehen. Was? Wo? Der Berg. Ich hasse Berge. Ruhe in Frieden. Hast du dich wirklich umbringen? Ich wollte immer eine grosse Rolle spielen. Weltritter. Gegen das Böse kämpfen. Auch im Film. Weisst du? Einfach Rollen, die über mich herausweisen. Wo ich da nur noch Leiche gespielt habe. Nein, nein, nein. Und wie soll ich das machen? Ohne Wasser? Du musst doch zum Wasser gehen. Und du? Der Berg. Was machst du? Rüdlinger. Hat es Ihnen bei uns gefallen? Ich fühle mich wie neu geboren. Haben Sie meinen Sohn einmal gesehen? Vodka! Gehst du hin? Als wir. Adel. Herzte gerne für Sene da.